Ja, hey ho Bros und willkommen zu unser Let's Play von Counter-Strike Global Offensive. Heute spiele ich mit Wampage zusammen, eins gegen eins. Ja, hallo. Hallöchen und gucken wir mal wie das wird und wer gewinnt. Ja. Hanno mal, let's go. Okay, wo bist du? I don't know, wo bist du denn? Ich bin nirgendswo. Unsichtbar, also Wallhack jetzt. Komm und such mich. Hast du eigentlich eine andere Waffe oder nur eine Pistole? Andere Waffe, du kannst ja jede Waffe benutzen jetzt. Wir haben ja keine Beschränkung oder so jetzt gemacht, deswegen. Ist egal. Ich bin jetzt anders gespawnt. Alter, ich bin... Ah, fuck, ich kann nicht schießen. Hä? Ich kann nicht schießen. Ich schieß nicht. Er schießt einfach nicht. Warte einen Moment. Ja, ich warte. Er schießt nicht, what the fuck. Meine linke Maus, das ist kaputt. Warum schießt er nicht? Er guckt, er ist auch vorgelaufen. Ich kann nicht schießen. Okay, okay, tötet mich. Ich glaube, das ist ein Bug. Mach Headshot. Bin ich so ehrlich? Ja, ja, ich kann nicht schießen. Ehrlich. Okay, ich habe jetzt 23 Punkte. Er kann immer noch nicht schießen, ey? Ey, warum? Kaufzeit hat immer noch zufällige Waffe an. Ich verstehe das nicht. Warum kannst du nicht schießen? Dann müssen wir halt an dem Krippel nicht messern. Ja, ich kann auch nicht messern. Er bewegt einfach seine Arme nicht. Ein Krippel. What the fuck? Äh, habe ich was bei der Konsole falsch eingegeben? Players as of Damage given, Damage taken. Ich habe nur die Bots weggemacht, ich verstehe es nicht. Ja. Du kannst aber schießen, ne? Ja. Ich kann schießen. Können wir nochmal wechseln? Andersherum, du bist Terra und ich bin Anti. Und wie geht das denn? Team wählen. Ah. Hier. So. Ich gehe Anti-Terror. Ey, ich bin gestorben. Achso. Okay. Ich kann immer noch nicht schießen, ich verstehe das nicht. Ey, ey. Ich konnte gesagt, messern. Alter, habe ich gerade erschrocken. Ich kann messern, ich kann nur messern. Ja, komm, dir lass messern. Okay, wir machen erstmal ein Messer-Duell. Aber jetzt ist unfair, ich habe jetzt schon 33 Punkte. Ne, egal. Nein, ich kann nicht schießen. Aber ich kann nur mit der rechten Maustaste messern. Kannst du denn auch mit der rechten Maustaste schießen? Nein. Ich kann, mit der rechten Maustaste kann man ja nur ziehen. Ja, stimmt. Jetzt messen wir uns nur mit der rechten Maustaste. Hühnchen, komm her. Warum kriegt man denn Punkte, wenn man Hühnchen kriegt? Oh, da warst du. Oh. Null. Das war nice. Gutes Abschneiden, Errungenschaft erhalten. Ich kann zwar nur schießen, aber mein Messer ist gut angespitzt. Oh, die Map ist viel zu groß für nur zwei Leute. Wir machen gleich eine andere Map. Ich glaube, wir dort kann nicht schießen. Noch diese zwei Minuten. Das gibt's doch nicht. 89. 89. 11 HP. Warum hältst du so viele Stiche aus? Keine Ahnung. Bei uns ist auch 5,5. Ja. Warum ist das auch nicht da? PINCHIN! Ich hab' nicht was gehört. Da ist was kaputtgekont. Nein. Ich warte hier, wo Affengehegel sind. Wie es der Flüge ist? Ick der Flüge ist. Come on. Ich tötere jetzt auch Hühnchen, damit ich Punkte bekomme. 41. 42. Komm. Ey, du hast jetzt viel mehr Punkte. Ich kann du nicht was dagegen machen. Ich kann irgendwie Hühnchen nicht treffen, so. 42. Ich wusste gar nicht, dass man Punkte bekommt, wenn man Hüchen füttet. Ich auch nicht. Noch 20, 25. Wie bist du denn? Komm, lass uns jetzt treffen bei... Ich bin jetzt mit dem Affengehege. Okay, ich komm. Bin jetzt unter den Reifen. 14, 13, ich komm. Schau, schnell, von wo kommst du? Von hier. Oh, fahr genau in die Fresse. Na gut. Dann machen wir hier gleich einen Cut und sehen uns in der zweiten Runde. Sieger! Ich kann nicht schießen. Ich kann auch bei der Map nicht schießen. Das stimmt irgendwas mit meinen Counter-Strike jetzt nicht. What the fuck? So, und wir sind wieder zurück. Heute, ich meine, diesmal mit der Map Dust. Mit der zweiten Runde. In der ersten Runde konnte ich irgendwie keinen nicht schießen, aber das lag jetzt, weil ich aus Versehen meine Tastenkombination weggemacht habe. Oh, guck mal, wer da hinten ist. Oh, hol ich das! First Kill. Das gehe ich jetzt schneller als erwartet. Ja, wenn man nicht schießen kann, dann ist das nicht so geil. Krieg mir jetzt immer noch Punkte, wenn man Hühner killt. Versuch mal. Ich werde jetzt garantiert nicht schießen. Einzige Hoffnung, Hühner töten. Ah ja. Bei mir sehe ich jetzt keine. Da! Ja, man kriegt. Ich glaube, das kann man ausschalten auch, aber halt mal. Höre jemanden. Hörst du jemanden? Oh, da sind das meine eigene Schritte. Er hat schon Paranoia. Wo bist du denn? Ich bin ganz hinten. Bei der Brücke. Hä? Acht Minuten, perfekt. Spielen wir die acht Minuten. Bin wieder bei der Brücke, wo ich dir den Headshot gegeben habe. What the fuck? Scheiß, geil. Headshot. Na ja, die P90 ist schon geil. Gämmst du einfach so in der Ecke da. Elf Punkte kriegt man für Headshot. Kannst noch einen Hund töten, das ist im Ausgleich. Okay, warte. Wenn ich eins finde. Da. Unentschieden. Jetzt aber keine Hühner mehr töten. Nee. Das sind auch Lebewesen, ne? Ja. So, wo bist du jetzt? Ach, nee. Ich hab dich doch grad gesehen. Hey, du hast mich gesehen. Da war das? Ich dachte, du bist wieder da in der Ecke. Ich hab dich nicht gesehen. Holy shit. Eins hab ich gerade erschrocken. Wollt ihr aufsammeln. Schiesel, diesel. Scheiße, Sackgasse. Bitch. Wenn ich, wenn ich weg von mir bin. Oh shit. Du warst einfach gedacht, dass du durchkommst von da. Ich bin nicht. Ich hab gedacht, du kommst da hinter mir her. Sorry. Okay. Ja, aber beschweren, dass andere von hinten kommen. Aber selber. Ich muss erst mal wieder zu dir laufen. Ich bin hinter dir. Ich hab dich eben gehört. Wirklich? Du hast ihm Schritte gemacht, oder? Ja. Fuck, wo war das? Mach mal nochmal Schritte. Mach die ganze Zeit. Okay, jetzt hör ich nicht mehr. Ich lock die ganze Zeit in den Tor. Unten, oben. Schon krass, bei so einem großen Map sich zu finden. Ja. War nur irgendwie so Schiss. Man könnte hinter jeder Ecke laufen. Ja. Ich guck in jede Ecke. Das muss ich so machen, ne? Vielleicht sitch ich jetzt irgendwo in irgendwelche Ecke und warte auf dich. Ja, und käms drum. Fuck you. Na, du hast doch Glück gehabt. Ja. Ich hab noch voll viel live. Wo bist du hin? Dann weg. Ich hab dich verloren. Nein. Was ist noch irgendwo hier? Alter. Hey, ich hab dich doch irgendwie gerade gesehen. Wo bist du hin? Bin bei der Brücke jetzt. Ach, ich warte jetzt. Du kommst ja sowieso irgendwie an dieser Stelle dann vorbei. Ja, nein. Dein, da, der, der, der. Hä? Wo? Wo? Hä? Hast du gehört? Nein. Oh, holy shi- Der hinten ist der Ich hoffe Ich muss mich nur einmal treffen und ich bin tot Geronimo Du bist so weggeflohen Ich wollte wegspringen Nur so lustig aus Ach maaaann Alter, 50 Punkte Ich hab noch 89 HP Ich hab dich auch kaum getroffen Ich kann nur mit dieser Waffe leider spielen Alter, ich erschreck mich mal voll, wenn die Nachricht mit der Bonuswaffe da kommt Ja Na, bist du immer noch bei der Brücke? Äh, nein Scheiße Achso, du bist da Nein Ich bin nicht gleich Bin ich da Wir müssen mein nächstes Map suchen, wo ein bisschen kleiner, aber es ist damit derweil, es dauert einfach zu lange, bis wir uns hier alle finden Ach Ey, das gibt's doch nicht Du spielst ja auch mit der SG, ey Ja Ist ja nicht die beste Waffe, ne? Ja, trotzdem Aber immer noch besser als eine M4 ohne Schalldämpfer Verkauf dir auch ne SG Kann ich doch nicht, ich bin da äh, Anti Achso Verkauf dir ne AUG Stimmt Scheiße Noch eine Minute Oh, Flasche Ich hab sie gerade aus Versehen zerstört Warum? I don't know Dann schon noch eine Minute Boah, die Map ist viel zu groß, Alter Wir können ja, glaube ich, jetzt nicht, besonders wählen, welchen Map wir nehmen Ja Komm, wo bist du denn jetzt? Komm zur Brücke einfach Da treffen wir uns ja am meisten Okay Das kann echt nicht wahr sein Boah, jetzt ruh ich mir die AUG Kaum wieder zur Brücke Boah, ich komm nicht klar mit der M4 Ey, wo bin ich? Ach, Alter Du bist ja voll erschreckt Ja, hast du gewonnen Komm, schnell, 10 Sekunden, ich hole noch auf Das gibt's nicht Du, der letzte Sekunde noch Boah, 23, ey Ach, Scheiße Okay, das war diesmal ne langweilige Runde, aber Ja Wir gelten sie jetzt, Leute Und, ach Wir sehen uns in der nächsten Runde, ne? Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.